Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschala und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Währungen, die mit Patch 9.0.5 ein wenig überarbeitet wurden und da würde ich sagen, schauen wir gleich mal rein, wir befinden uns schon einmal hier in Oribos und dort sind wir beim PvP-Vendor und hier ist es so, dass wir ein neues Item uns kaufen können und zwar bei dem Lieferanten so cool, das ist der Typ, der das Ehrengier eigentlich verkauft und der hat jetzt für Ehre ein zusätzliches Item, das schimpft sich Oriborale Auszeichnung und in diesem Item kriegen wir jetzt Ehrenabzeichen, heißt wir können über Ehre Ehrenabzeichen farmen. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay ist kein großer Deal, ehrlich gesagt für mich ist das das Beste an dem ganzen Patch denn diese Ehrenabzeichen braucht man ja für 2.000, 3.000 verschiedene Transmog-Items, die man über alle Klassen und alle Contents über PvP erhalten hat, also man kann sich da die ganzen alten Season-Sets kaufen, die ganzen alten Waffen und auch das normale Ehrengier, also querbeet außer die Sachen, die ein höheres Rating vorausgesetzt haben, die kannst du meistens nicht mehr kaufen, aber zumindest alle anderen Sets und auch da die verschiedenen Farbvarianten kann man sich über die Ehrenabzeichen kaufen, dementsprechend sind es sehr, sehr viele Items und wenn man so ein bisschen Transmog sammelt, wie ich das jetzt mache, dann ist das eine schöne Sache, wenn man die Ehrenabzeichen jetzt gezielt farmen kann. Davor war es jetzt so, dass man ein Ehrenabzeichen halt bekommen hat oder man kann sie immer noch bekommen, wenn man ein BG gewinnt, wenn man Arena gewinnt, ist aber relativ selten tatsächlich, dass ich da wirklich gut Ehrenabzeichen rausgehe, da muss man schon ein paar gewinnen und ja, Gewinnen ist manchmal auch immer so eine Sache, wenn man random im BG ist. Seit jetzt Shadowlands gibt es auch noch die Möglichkeit, dass bei den PvP-Türmen, wie ich sie jetzt einfach nenne, also es gibt PvP-Worldquests, wo man dann Ehrenabzeichen bekommen kann, gibt es aber auch leider nicht immer als Belohnung, da konnte man also auch schon mal farmen. Schöner finde ich es jetzt hier für Ehre. Man geht ins BG, auch wenn man jetzt kein Glück hat mit dem Win, beziehungsweise, dass man dann nochmal Glück hat beim Win auch Ehrenabzeichen zu bekommen, kriegt man wenigstens Ehre und kann die Ehre hier schön in Ehrenabzeichen umtauschen. Finde ich eine schöne Sache und muss ich sagen, endlich haben sie das geändert. Das ist eine Geschichte, auf die ich schon länger warte tatsächlich. Heißt, ich werde es bei dem einen oder anderen Twink, vielleicht meine Ehre, mal ein bisschen opfern, kein Gier kaufen und sondern ein bisschen in Ehrenabzeichen investieren. So, das war eigentlich die Hauptgeschichte, die ich euch zeigen wollte. Ich habe aber gesagt, zwei Währungen und die zweite Währung wollte ich eigentlich ein eigenes Video machen zu, aber ich dachte mir, lohnt sich eigentlich nicht, packen wir das hier mit rein. Es gibt noch eine zweite Währung hier in Shadowlands, die sich ein wenig zumindest geändert hat, beziehungsweise die Quellen, wo wir sie bekommen können. Wir haben hier animerhaltige Waffenfragmente, die wahrscheinlich sagt oder sagt es den meisten Leuten nichts. Das ist eine Währung, die ihr nur bekommt, wenn ihr einmal Necrolord seid, wenn ihr dann beim Necrolord die Monstrositätenfabrik gebaut habt und dann könnt ihr diese Währung bekommen. Zum Beispiel, wir haben so einen kleinen Typen, der nennt sich Cordy. Das ist die abfuckigste Weekly Quest, die es gibt. Da muss man den Typen losschicken und dann immer so Schätze aufsammeln. Der rennt dann wild durch die ganze Zone und den muss man hinterher tigern und so Schätze aufsammeln. Dort konnte man die herbekommen. Wenn man eine Stunde farmt, kann man sich glücklich schätzen, wenn man mal von denen knappe zehn Stück bekommt. Also das ist ein ziemlicher Mist. Und jetzt hat Blizzard das ein bisschen geändert, dass man diese Splitter auch aus den Weekly-Kisten rauskriegt. Also nicht der Great Vault Weekly-Kiste, sondern die Kisten, die man von den Weekly-Quests von der Monstrositätenfabrik gibt. Da gibt es ja umso höher, die ihr ausgebaut habt und umso mehr Konstrukte ihr gebaut habt, umso mehr wöchentliche Quests habt ihr. Ich glaube, ich hatte die Woche 12, 13, 14 Quests oder so, die ich da abschließen konnte. Und aus den Kisten kriegt ihr die dementsprechend auch raus. Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern an der Stelle. Ich glaube, ich habe aus allen Kisten, aus einer Kiste acht Stück rausgekriegt. Hatte anscheinend sehr Pech. Mein Kollege hat wesentlich mehr rausbekommen. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, dass die aus jeder zweiten, dritten Kiste was bekommen haben. Also, hmm, wahrscheinlich hatte ich einfach nur Pech. Muss man mal ein bisschen abwarten. Aber auf jeden Fall können die jetzt da auch drin sein. Also wir müssen uns nicht nur auf Cordy verlassen, sondern können die halt auch über die Kisten holen. Und vielleicht der ein oder andere, der diese Quests nicht mehr gemacht hat, weil er auch wie ich jetzt diese Chiefs schon geholt hat, dass man alle Quests einmal gemacht haben muss. Und dann war eigentlich das Ganze uninteressant, das weiterzumachen. Aber jetzt gibt es da halt auch diese animerhaltigen Waffenfragmente raus. Wenn euch dafür das Transmog interessiert, dann wäre das vielleicht auch eine Geschichte, wo ihr sagt, hmm, okay, da kann ich dann vielleicht doch nochmal zuschlagen. Übrigens, für was braucht man diese Dinger? Man kann sich nämlich, wie ihr seht, schon durch Older Things, wird das angezeigt, einen Arsenal Waffen des Flickmeisters holen. Kostet nur 750 von diesen Marken und 30.000 Anima. Also quasi ein Schnäppchen das Ding. Quasi ein Schnäppchen. Die 30.000 Anima hätte ich gerade rumliegen, aber ich habe natürlich leider keine 750 von den Teilen. Und ich sage euch, die 750 von den Teilen Farmen wird ätzender als die 30.000 Anima. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber gut, zumindest haben wir eine zweite Quelle. Okay, das waren die zwei Sachen, die ich euch zeigen wollte an Währungen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.